Hier im Engelhöller Bernstein wächst unsere Engelhöller Bernstein Riesling Spätlese. Als fruchtsüßer Wein trägt dieser Wein zusätzlich die Prädikatsbezeichnung Spätlese. Die fruchtsüße Spätlese ist ein Synonym für hochwertigste deutsche Rieslinge und erfährt weltweit höchste Anerkennung. Im Ursprung ist die Spätlese der einzige fruchtsüße Wein, der durch eine natürliche Einstellung der Gärung entsteht. Schon vor über 100 Jahren war die Riesling Spätlese mega angesagt in allen Metropolen rund um die Welt. Und auch heute noch ist sie absolut beliebt und allseits bekannt. Unsere Riesling Spätlese hat einen hohen Zuckeranteil, der nicht von der Hefe vergoren wurde. Aber diese Süße, die steht nie nur für sich alleine. Sie ist wunderbar eingebettet in Mineralstoffe und Säure. In der Nase haben wir ein Aroma nach Aprikosen, Ananas und anderen tropischen Früchten. Und gleichzeitig hat dieser Wein eine fast unendlich wirkende Frische. Der Trinkgenuss ist jetzt schon enorm. Aber ich bin mir sicher, auch in 25 Jahren wird uns dieser Wein noch begeistern. Aber nur, wenn er bis dahin noch nicht alle ist. Zum Wohl!